Herzlich Willkommen zurück zu Life Goes On. Das Leben geht weiter hier im letzten Level des Schlosses, des Kastels. Ich muss da wohl hoch, so wie es aussieht. Ich muss da hoch. Dann fahre ich doch mal hoch. Oh mein Gott, was haben wir hier? Da ist ein Checkpoint. Ah, eine Mauer, die ich einreißen kann. Sehr großartig. Warte mal, kann ich die komplett zerstören? Achso, jetzt ist sie schon komplett weg. Na, was soll's? So, ich würde gerne hier runter, oder? Okay, will ich nicht. Ah, äh, da unten rechts sieht es aus, als wäre eine Plattform. Deswegen, oh, wollte ich da hin. Und halt hier rüber. Ich dachte schon, wie erschlagen mich jetzt die, äh, hier, ne? Sonst aber nicht, weil ich gut bin. So, nimm das, äh, Schloss. Ähm, oder so. So, was haben wir hier drüben? Einmal hier, äh, schießen, bitte. Ich wünsche mir ja, dass ja die Kamera dann so... Enter Orbit. Es bin dann noch... Wow, das ist doch, äh, das ist ja lustig. Äh, ich wollte eigentlich da links rüber und gucken, was es da so gibt. Kann ich die Mauer einreißen? Ich weiß, ich bin kleiner Sack. Jetzt kann ich da hoch. Ja! Was habe ich denn hier getan? Oh mein Gott. Da geht's ja weiter. Na gut, dann mach ich mal... Äh, was? Äh, was? Moment, das muss ich ja noch mal angucken. Äh, ich komm da nicht hin. Wie alles zusammenfällt. Jeff, rette mich. Wie komm ich zu Jeff runter? Ach so, nein, natürlich. Ähm, ich komm nicht zu Jeff runter. Aber... Ich kann ihm natürlich eine toten Ritter hinfangen. So nicht. Nein, nein, nein. Aber... Voll los. Ich block den mal hier. Ich mach das Feuer wieder an. Dann, peps. Hier Jeff, für dich. Hehe. Funktioniert doch. So, jetzt brauch ich aber... ...noch mal einen Block, um da hochzukommen. Äh, ich führ mich doch mal ein. Und rüber. Sorry, das ist grad keine Absicht. Ich versuch grad einfach nur schnell zu sein. Und bin dabei halt. Wie das so ist, wenn man sich keine Mühe gibt. Und doch ein bisschen langsamer. Ah, ja. Aber das hat funktioniert. Äh, was? Ich fühl mich irgendwie unwohl, wenn hier alles unter mir zusammenbricht. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so ein blödes Gefühl. Ähm, okay. Muss ich da... ...irgendwann mit drauf oder so? Probier das doch mal aus. Einmal Schwung holen. Hui! Ja! Und jetzt hat's mich ernsthaft zerstört. Das gibt's doch nicht. Ein dämliches Teil hat. Okay, ich muss abspringen. Kein Problem. Krieg ich hin. Hui! Äh, hey! Ich bin hier, wo ich hinwollte. Yay! Geschafft! Ach, hey. Ich glaube, ich hätte grad gar nicht abspringen müssen. Die beiden Blöcke... Also der eine Blöcke... ...da glaub ich jetzt schon bei der ist der zweite. Die schützen mich da schon vor diesem Elektro-Zeug. Vor diesem Elektro-Lotierer. Okay, doch nicht. Aber der dritte wird mich jetzt schützen. So sieht's aus. Ja. Da bin ich mir jetzt sicher. Oh mein Gott. Hä? Wie, der Checkpoint ist an. Wer hat den mit aktiviert? Jetzt hat nicht der Tote im Eisblock. Äh, der Turm neigt sich auch... ...bisschen seltsam zur Seite. Das gefällt mir nicht ganz, ehrlich gesagt. Generell gefällt mir hier einiges nicht. Ach so, damit kann ich den da rechts rausschicken, okay. Damit kann ich dann hochfahren und runterfahren. Das heißt, der Schalter ist eine Falle. It's a trap. Moment. Äh? Moment. Was? Wie zum Henker? Wenn ich jetzt den hier mache? Ach so, na klar. Na klar. Alles logisch. Pass auf. Ich schieb den erstmal raus. Und dann kann ich dieses Teil hier aktivieren. Und dann mal lege ich den nächsten rein. Natürlich. Immer auf Verschleißdenken. Das liegt ja ein bisschen fern. Deswegen stelle ich mich ja immer so ein bisschen an. Weil ich nur versucht, nachhaltig zu sein. Aber hey, wozu nachhaltig? Warum? Was soll's? Ich habe benötigt viele Ritter. Es gibt so viele davon. Yay! Oh, da ist nichts. Was ist hier links? Was ist hier? Ein tiefer Abgrund und der Tod. Nun denn. Dann beenden wir mal das Level. Aber nicht mit dir. Sondern die Kronprinzessin Julie Carter wird das Level beenden. Auf Wiedersehen. Nein! Hey! Okay. Muss ich nicht näher ran. So. Und da ist der Turm endgültig zusammengebrochen. Und ich hänge am Pokal oben fest. Und ich bin gerade mal... 35 Mal gestorben. Boah. Kann man machen, ne? Ist okay. Ist okay. Immerhin wurde ich von Jeff gefressen. Und das scheint der letzte Level zu sein. Oh mein Gott. Probieren wir es nochmal aus. 3 Minuten 20 ist die Challenge. Äh... Was? Äh... Was? Ist das nicht der allererste Level? Oder täusche ich mich da? Kann ich da jetzt noch... Nee, da geht es nicht weiter. Ups. Was? W-w-was? What? Da muss ich hin, oder? Ey! Ey! Ich habe dir nicht erlaubt zu fliehen. Ah, ist das schön. Diese Credits. Das ist großartig. Ach, wie ehrlich. Ähm. Ups. Um ganz sicher zu gehen, wurde ich... ...verbrannt, zerfstöckelt... ...und von Standet eingeschlossen. Ja schon, brich runter. Oh. Soft, downy, harmless floor of death. Ha, 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 ha Hahaha, ist das schön. Äh, was ist da oben? Kann ich da hoch? Nein. So, genau. Das dachte ich mir doch. Und jetzt? Ähm, hallo? Ah, guck mal, da unten. Oh, mein, ist das gut. Death sounds provided by... Oh, mein Gott, ist das grausam. Ist das grausam. Ich hoffe mal, das sind nicht die, äh, die Geräusche, die sie wirklich im Moment ihres Todes gemacht haben, sondern dass die nur gespielt sind. Ja, viel Dank für den Tod. Wie? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Warum habe ich keinen Namen? Oh, ich bin der König, guck mal. Mit Corona und Zepter. Gut. Ob der wohl nie sterben bestimmt wird? Ja, danke, dass ihr unsere Verrücktheit über zwei Jahre ausgehalten habt. Ja, dieses Spiel ist wirklich sehr verrückt. Großartig. Ich mag das Ende. Ich mag das ganze Spiel. Ach, ist das schön. Ah, wie gut. Tja, lieber König, da siehst du mal. Oh, du kriegst auch da einen Geisterkelch. Oder auch nicht. Danke fürs Spielen, danke fürs Zuschauen, vielen Dank. Ah, was ein großartiges Spiel. Ja, äh, macht Spaß. Auf jeden Fall. Großartig. Äh, Plötzsinn-Option, nein. Wo will ich denn hin? Ich will, äh, hier rein. Genau, da seht ihr, das war der Anfang. Ich habe leider nicht überall einen Fehler gefunden beim Nachspielen. Und ich war ja echt kurz, kurz vorm Ende. Hätte ich, hätte ich einfach noch zwei Folgen gespielt. Dann, äh, ach guck mal, ich bin jetzt immer der König, oder? Wenn ich jetzt sterbe. Ha, dann bin ich nicht mehr der König. Das ist ja traurig. Nö. Gut. Ich hätte einfach nur noch zwei Folgen aufnehmen müssen. Dann, äh, hätte ich das Ganze nicht nachstellen müssen. Ja, das wusste ich leider nicht. Ach, wie traurig. So kann's gehen. Na gut. Ich würde mal sagen, äh, wie ist denn hier meine Zeit? Hä, ich habe es geschafft. Aber ich bin dreimal mehr gestorben, als es hätte sein müssen. Hm. Egal. Egal. Ich würde sagen, das war ein großartiges Ende. Das war ein sehr schönes Spiel. Und, ja, ich würde jetzt eigentlich die Credits laufen lassen, aber das Ende war ja die Credits, das letzte Level. Von daher. Hier noch ein bisschen den Titelbeschirm für euch. Den habt ihr ja nicht gesehen am Anfang, weil ich direkt im Level angefangen habe, glaube ich. Und, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und nächstes Mal gibt's dann, äh, ein anderes Spiel, hoffe ich. Ich hab schon, glaube ich, ein oder zwei in der Auswahl. Ich muss mal gucken. Ihr könnt aber gerne noch was vorschlagen. Und wenn's nicht die Welt kostet und auf einem relativ schlechten PC läuft, dann, äh... Naja, das ist eine Option für mich. Ja, aber ihr müsst schnell sein, denn... Mehr als zwei, drei Folgen Gothic am Stück will ich nicht machen. Und dann soll's auch schon die nächste Folge von einem anderen Spiel gehen. Ja, ich freu mich auf eure Kommentare und... Äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Aaaaaaah! 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 3 4 4 4 6 Das war's für heute.